General Ritter von Greim, ich ermenne Sie hier mit zum Oberbefehlshaller der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum General Weltmarschall. Eine große Verantwortung liegt nur noch für Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampen in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbeiner-Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter all ausgerechnet Himmler. Der treueste, der treu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Späher, ja. Ein wildfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fazit ein Bericht. Sie bleiben, Doktor. Bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmets. Teilen Sie mit. Er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, und ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweilen. Mein Führer? Ja, klappen Sie deine Schauer tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Ernitz mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangebewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands. General Ritter von Greim, ich ermelle Sie hier mit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall.